Wer einen wirklichen Überblick über die faszinierende Welt der modernen Küchen gewinnen will, der kommt an Bettwil an der renommierten Brunner Küchen AG nicht vorbei. In Bettwil baut die Brunner Küchen AG schon seit über 40 Jahren qualitativ hochwertige, maßgefertigte Schweizer Kücheneinrichtungen. Hier erleben die Kunden, wie schon von den ersten Skizzen an, Küchenträume als individuelle Wohlfühloasen Gestalt annehmen. Optimale Lösungskonzepte entstehen bei Brunner Küchen immer in dem engen Zusammenwirken mit den Auftraggebern. Diese ersten Handskizzen bilden die Grundlage für die konkretere Küchenentwicklung im Rahmen der modernsten CAD-Computeranimationen, wobei mit Materialien, mit Farben und Formen unvoreingenommen variiert werden kann. So kann sich jeder Kunde seine entstehende Traumküche schon genauer vorstellen, vor allem, wenn dann für die detailgenaue Ausführung eine exakte Maßeinteilung angefertigt wird. Die Erfolgsgeschichte der Brunner Küchen AG beruht auch auf einem seit 1972 unverändert gültigen handwerklich-traditionellen Qualitätsverständnis der Schweizer Fachkräfte. Zur Verarbeitung auf den modernsten Fertigungsmaschinen kommen nur ausgesuchte Massivhölzer, sorgfältig verarbeitete Echtholzfurniere und hochwertige Platten. Der von den fachlich bestens qualifizierten, sehr erfahrenen Mitarbeitern der Brunner Küchen AG praktizierte Qualitätsmaßstab sorgt in der präzisen Handwerksarbeit und der Steuerung der Hightech-Maschinen bei jedem Arbeitsschritt für einen Produktionsablauf in höchster Perfektion. Von einem vollautomatischen Lager wandern die Qualitätsplatten in ein computergestütztes Bearbeitungscenter mit verschiedenen Zuschneidefunktionen. So entstehen in wenigen präzisen Arbeitsschritten millimetergenaue Elemente einer modernen Küchenkombination. Eine von Grund auf solide Präzisionsfabrikation gibt den Brunner Kunden die Gewähr dafür, dass ihnen ihre Küche für viele Jahre Freude bereiten wird. Auch Fragen der Strapazierfähigkeit und des Aufwandes für die Möbelpflege kann Brunner Küchen bei der Fertigungsplanung mit berücksichtigen. Dabei steht die Sicherstellung einer langen Lebensdauer im Vordergrund. Auch durch die Verwendung hochwertigster Grundstoffe beim Verleimen oder beim fachgerechten, sorgfältigen Lackieren. So zeigt sich bei allen Fertigungsschritten, dass hier die Zuverlässigkeit der fahrenden handwerklichen Könnens für die Herstellung eines Qualitätsprodukts mindestens genauso wichtig ist, wie die präzisen Funktionen dieses speziellen Hightech-Maschinenparks. Lange bevor die entstehenden Einbauelemente der Brunner Küchen auch nur in die Nähe der Auslieferung kommen, haben sie immer wieder Funktionsprüfungen und Tests zu durchlaufen. Deshalb kann man sich bei den Brunner Küchen auch noch nach Jahren intensivster Beanspruchung auf ein einwandfreies Funktionieren aller Elemente verlassen. Zu den Bemühungen, diese herausragenden Qualitätsstandards zu halten, zählt auch die systematische Nachwuchsförderung für angehende, talentierte junge Schreiner. Brunner Küchen erstellt auch auf Wunsch für seine Kunden ein auf nur zwei Wochen terminiertes, komplettes Umbauprogramm. Nach Klärung der genauen Platzverhältnisse vor Ort und der genauen Festlegung der gewünschten neuen Küchenkombination stimmt Brunner Küchen die Termine aller beteiligten Handwerker so genau aufeinander ab, dass am ersten Tag der zwei Wochenfrist der erste Teil der alten Küche das Haus verlässt, während am letzten Tag dieser Kurzmontage die letzte Anlieferung erfolgt ist und der letzte Handgriff für die perfekt montierte neue Traumküche schon getan ist. Vom Design, Planung, über die Produktion bis zur Montage – alles aus einem Haus. Absolutes Highlight in Bettwil ist die permanente Ausstellung von 30 komplett eingerichteten Küchen mit unzähligen Designvarianten, einschließlich der neuesten Küchengeräte der führenden Hersteller. Das kreative Team der Brunner Küchen AG hält immer wieder interessante Neuheiten bereit. So kann auf 1000 Quadratmetern die wohl vielseitigste und kreativste Küchenausstellung der Schweiz besichtigt werden. Mit den neuesten Trends beispielhafter zukunftsweisender Küchengestaltungen hat die Brunner Küchen AG auch die vielen interessierten Besucher auf der Swissbau in Basel fasziniert. Auch hier hat die perfekte handwerkliche Prägnanz überzeugt. Ganz gleich, ob mit den Hightech-Innovationen, mit edlen Materialien und ästhetischer Funktionalität bis ins letzte Detail oder mit Klassik und ihrem zeitlos schönen Aussehen einer Kücheneinrichtung, die dafür bekannt ist, dass sie lange toll aussieht. Alles Küchenkonzeptionen, die durch ihre erstklassige Ausstattung und ihr vorbildliches Design das Publikum überzeugen. So bietet die renommierte Brunner Küchen AG jedem Kunden mit ihren maßgefertigten, individuell gestalteten Elementen die Möglichkeit, sich seinen Küchentraum zu erfüllen.